Herzlich Willkommen zurück bei einer weiteren Folge Grow Home und... Ähm... Ja, ich wollte jetzt sagen und Zockermania, aber das ist ja eigentlich falsch. Und mir! So, und mir. Ich bin Christine. Ha! So. Ähm, wir sind auf der Suche nach roten Blüten, sodass wir zu den Energiefelsen da oben kommen. Nein. Ich habe aber noch keine Ahnung, wie ich das machen soll, weil rote Blüten sind einfach komplette Fehlanzeige im Moment. Und das macht mir ein wenig Sorgen. So. So. Gucken wir nochmal hier, weil irgendwie muss ja hier irgendwas sein. Schauen wir mal da. Ähm. Okay, er vermisst das Internet. Ähm. Ich weiß ehrlich nicht, was ich machen soll. Das ist irgendwie gerade so eine Situation, die mich ein wenig überfordert. Ja, überfordert nicht, aber ratlos macht. So, jetzt mal so. Ups, das war nicht so klug. Ich habe übrigens auch geschafft, meine Uhr zu stellen. Yippie. Es ist auch interessant, jetzt sind auf einmal hier lauter Schatten, die durch die Gegend fliegen. Was auch immer da fliegt, ich habe keine Ahnung. Ach, das sind die Wolken. Das sind immer noch Wolken. Wolken, Wolken. So. Das da könnte doch... Das könnte eine sein. Ist das eine Pflanze? Eine Blüte? Die scheint noch nicht... Was war das? Was? Das könnte doch eine Blüte sein, die noch nicht gewachsen ist, oder? Ich glaube, das probieren wir einfach mal. So. Da müssen wir hin. So. Also ich finde diese Raketensache irgendwie ziemlich cool. Das macht einiges sehr viel leichter. Aber ich glaube, das war das Ding und das ist aber schon... Nein. Nein, 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 nein. Glück gehabt. So. Oh Mann. Juhu. Jetzt machen wir... Selbstmord. Uh, Glück gehabt. So. Und jetzt? Warte, was machst du denn? So. Sind wir denn jetzt? Wir sind wieder ganz unten. So. So. Aber bevor wir das machen, suchen wir erstmal hier... Eine Blume. Blume, Blume, Blume. Da sind Blumen. Aber das ist von da oben. Aber... Ne, stopp. Wir haben ja oben auch gleich direkt Blumen. Dann machen wir das. So. Da würde ich gerne hin. Und dann schauen wir mal, was wir da nach oben machen könnten. Ach komm, ich nehme dich jetzt mal mit. Wir haben das Vieh. So. Ich rufen wir es mal. Kingen wir die gegrabt? Ja. So. So. Ja, du kannst dich weg. Kannst dich weg. Ha, ha, ha. Ich würde das Vieh ja gerne reiten. So, jetzt lauf weg. Okay, wir versuchen es nochmal hier. Die Schwabbelpilze. Achso, nein. Wir wollten ja erstmal noch... Hier so eine Blume. So. So, jetzt schauen wir mal hier rauf. Weil ich keine andere Idee habe. Aber wir waren ja hier eigentlich schon oben. Wenn ich mich nicht täusche. Gucken wir jetzt trotzdem mal. Ich höre einen Kristall. Hier irgendwo ist in der Nähe ein Kristall. Das ist doch schon mal ein schönes Teil. So. Das wird jetzt einmal gut gemacht, gell? Das gefällt dir. Da ist auch noch einer. Zu dem gehen wir als nächstes. So. Uhuhu. Oh, Glück gehabt. So. Nehmen wir die halt her. So. Ja, freu dich. Was haben wir denn hier? Oh, hier ist eine Höhle. Wie cool ist das denn? Das ist ja cool. Das ist ja richtig cool. Das ist mega. Was war das? War das ein Tier? Mist. Das habe ich jetzt nicht schnell genug gesehen. Aber hier sind mega viele Kristalle. Das ist voll toll. Was ist das? Was ist das? Oh, wie cool. Da kann ich fliegen. Was bist du denn? Ein Dodo? Cool. Okay. Das ist eine coole Sache. Das finde ich cool. Hier die Höhle. Die ist ja mal mega stark. So. Jetzt müssen wir nur gucken, was wir hier machen können. Also, wir haben hier ganz viele Kristalle. Die sollten wir doch mal holen. Das ist doch schon mal das Anfangsding. Das ist ja mega krass. Das ist ja mega krass. Da ist der nächste. Ich finde das auch cool. Uhu, Glück gehabt. Warte, wir wollen hoch. Ja. So. Warte. Nee, nee. So, wo ist der Nächste? Wir haben noch ein paar. Also, dieser Dodo ist ja witzig. Den finde ich cool. So, jetzt schauen wir nochmal hier hoch. Da ist noch einer. Okay, da klettern wir. So. So. Stopp. Wo ist er? Da ist er. Und da ist auch noch einer. Schnell, Bart. Schnell. Schnell. Jetzt sind wir da drüben. So. Da drüben ist auch noch einer. Da müssen wir auch noch hin. So. Ich sehe gerade, unsere 10 Minuten sind auch schon wieder vorbei. Ich hole jetzt noch schnell den Kristall. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich hier. Wo ist denn der jetzt hin? Da drüben ist er. Ups. Bisschen zu weit nach rechts. So. Genau. Dann würde ich mich hier jetzt an der Stelle verabschieden. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ich freue mich. Lasst mir Kommentare da, Abos und Likes. Und ja. Schau doch mal in unsere anderen Projekte. Die sind finde ich auch ziemlich cool. Wir haben schon einige coole Sachen gesehen und gemacht. Und ja. Ich bin so geflasht von dieser Höhle, dass ich gar nicht weiß, was ich noch erzählen soll. Weil diese Höhle einfach so gigantisch geil ist. Naja. Und dieser Dodo ist eh der coolste. Ich will den... Kann man den einpacken? Ich würde den gern einpacken. Nö, das geht nicht. Ich kann ihn aber mitziehen. Ne, den lassen wir da. Genau. Also. Wir lassen... Ich höre hier auf. Lasst mir Kommentare da. Abos und Likes, wie ich schon gesagt habe. Ich freue mich auf alles. Schaut in unsere anderen Projekte rein. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.